herzlich willkommen zurück machen wir eben die wagenreparatur und dann geht es gleich weiter hier atlantica gucken ob wir das mit dem wagen hinkriegen hier diese fiese stelle da die s kurve 3 2 1 los machen die da ja ich weiß hätte man gerade rechts durch gekonnt aber kennst nicht daher lass ich es lieber shit das war schon fehl genug jetzt kommt er da auch noch angeeiert mensch mach dich weg kreise ja überhol oder lass es bleiben du musst du schon irgendwo ausholen sonst musst du in die reisen ganz einfach automatik kurve ja tut mir leid ich fahr mal in die ideallinie oder so in etwa kannst du knicken kumpel nicht mit mir ich glaube der hat mehr höchstgeschwindigkeit auch als beschleunigung müssen gut ausfahren ja dann geht das alles aber bisher schlage ich mich doch ganz wacker oder grüße gehen raus an der sonator 2 könnt ihr mal vorbeischauen ich haue euch mal einen link zu seinem kanal in der video beschreibung ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein bisschen Action machen hier Die Abkürzung kann man mal nehmen Bisschen riskant, weil es alle im Nacken hatte, aber naja YOLO Läuft bei mir Komm schon Das sah irgendwie gerade lustig aus, wie der Regen ein bisschen brauchte, dass er tatsächlich auch auf die Windschutzscheibe kommt Das ist die letzte Runde Oh, das hat aber geklört Da hat ein Scheinwerfer gelitten Jetzt der andere auch noch wahrscheinlich Schönenlich Das ging besser als vorhin da durch Musik 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 Das war nicht gut, das war nicht gut Aber trotzdem erster Aber trotzdem erster Sie sind erster Oh, da hat aber gelitten ja 10.000 Lücken Knapp Für die Apparatur Drei Zwei Eins Los 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 Untertitelung. BR 2018 Easy peasy, huh? Oh yeah. Oh shit. Oh shit. der maranello kriegt man ja ganz gut im griff ja der fährt sich ganz schön letzte runde lustig, da hat man gerade vom sprung gar kein aufkommen gemerkt und der ist einfach weiter gefahren hier nicht mit dem ansatz die drehzahl hoch, weee, kein stück, cool bin ich bergab geglitscht oder was ja gut, da bin ich wohl rechtzeitig auch vom gas gegangen, wie eben gerade ja komm, weil es eben so schön war oh yeah oh komm weg von der Wand da ja 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 Glückwunsch, Sie haben diesen Kurs erf... Akkurat, wa? Weiter zum nächsten Kurs. Sie haben die Goldmedaille geholt. Er bubbelt immer noch. Dann gibt es als nächstes einen Knockout. Okay. Das machen wir aber nicht mehr in dieser Folge. Und dies noch mal. Bis dann. Bis dann.